Ich glaube speziell heute haben wir uns viel vorgenommen. Wir wussten, dass der Eindruck, den wir heute hinterlassen, auch erst mal bleibt bis spätestens März. Viele hatten ja die Sorge, dass wir das Spiel ein bisschen abhaken, weil wir schon qualifiziert sind, aber da wollten wir auf jeden Fall gegensteuern und ein gutes Spiel machen und das ist uns auf jeden Fall gut gelungen. Es war ja auch eine Frage um Körperlichkeit, ging es auch bei Pammel, auch bei Jogi Löw. Das war ja heute auch dann der ultimative Test für Bestehen gegen harte Gegner. Ja absolut, waren physisch sehr, sehr stark heute. Die Nordiren, das wussten wir vorher, da mussten wir komplett gegenhalten. Aber auch das hat gut funktioniert. In der ersten Halbzeit haben wir uns natürlich noch schwer getan, wenn die da mit zehn Mann im eigenen 16er stehen, ist es dann auch schwierig, wenn die dann noch dazu so robust sind. Aber wir wussten, dass wir, wenn wir geduldig bleiben, unsere Lücken finden werden, auch im Laufe der zweiten Halbzeit und speziell in der zweiten Halbzeit haben wir die dann auch sehr gut genutzt. Wort zu Ihnen persönlich. Dortmund und die zwei Länderspiele hat schon schlechtere Zeiten für Sie gegeben. Fühlen Sie sich da vorn, ein bisschen weiter vorn, auch noch wohler? Ja insgesamt in dem System, glaube ich, hat sich die Mannschaft so ein bisschen gefunden. Das ist natürlich auch wichtig, dass man mal über mehrere Spiele hinweg ja zum einen Gerüst aufbaut, zum anderen auch mal das System beibehält. Das haben wir jetzt gut gemacht. Ja speziell, wie ich gerade schon angesprochen habe, erste Halbzeit war es ein bisschen schwierig für mich, weil man ja dann irgendwo die Aufgabe hat, auch die Gegner zu binden und dann auf dem engen Raum für mich ungewohnt dann mich immer noch zwischen den vielen Verteidigern aufzuhalten. Am liebsten wird man natürlich da raus und auch einfach mal ein paar Ballkontakte sammeln. Aber da muss man sich dann auch in Geduld üben und sich so ein Stück weit opfern für die Mannschaft. Und den Ertrag haben wir dann in der zweiten Halbzeit bekommen. Es war ja fast München schlägt Nordirland. Fünf Tore, Bayern München, dreimal Serge, zweimal Sie. Kann es so weitergehen oder was ist so das Grundgefühl? Ja natürlich hat mich das gefreut auch für Serge, aber ganz speziell auch für Jule, der am Ende noch sich für heute meiner Meinung nach sehr gute Leistung belohnt hat. Und das waren dann die drei vorne, die die Tore gemacht haben. So soll es da irgendwo auch sein. Und dementsprechend habe ich mich für alle gefreut.